Happy Birthday to you! Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Reddog Gamble. Heute ist Mittwoch und ich spiele Mech Arena und ich würde sagen, wir spielen Wettbewerb. Ich spiele noch für den Dienstag, also gut, Wettbewerb, viel Spaß, bis gleich. Okay, und die erste Runde geht los. FFA. Jeder gegen jeden. Ich starte mit meinem Pumbo. Äh, Puma? Panda? Der hat mir meinen Kill geklaut. Wie ist das Audi? Ach, nee. Das war so einer. Ein Zypyr. Ah, stirb, 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 stirb. Das gibt's doch nicht. Warum spiel ich zur Zeit, wie er gegen so starke Gegner? Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Obja, nee, der ist nur drei Sterne, aber die Waffe vier Sterne. Bei mir ist das höchste mal drei Sterne. Hihi, ein Kill. Ach, stimmt nicht. Ich habe auch vier Sterne. Allerdings sind das die Waffen, die da ganz schwach sind. Das gibt's doch nicht. Der ist immer noch nicht tot. Geht's aber. Ja. Immer noch nicht. Ich verstehe das nicht. Ich habe schon alle Mächts von mir einmal durchgespielt. Nein. Ein Schuss, dann wäre der down. Ich habe erst zwei Kills. Bisschen Leggy auch gerade wieder. Drei Kills. Wow. Oh man, das hat mir mein Kill geklaut. Mensch, das ist ja aber heute nervig hier. Ja. Das hat mich da hinten gekillt. Drei Kills. Das kann doch nicht wahr sein. Die nächste Runde muss besser werden. Na ja, siebter Platz wenigstens. Na gut. Dann bis gleich. Die zweite Runde geht los. Ich hoffe, es wird besser als eben gerade. Ich hoffe, es wird viel besser als eben gerade. Jetzt schon anvisiert. Komm, wir hin. Schnell wieder in Sicherheit gehen. Nachladen. Nachladen. Ich habe mich noch gerade gekillt. Okay. Okay. Ja. Ah, Mist. Ja, hinten also. Okay. Okay. Das ist doch der Tango, oder nicht? Oh nein, der hat mir mein Kill geklaut. Oh nein, der hat mir gefällt. Das ist doch der Tango, oder nicht? Ja, das ist doch der Tango. Du hast meinen Kill geklaut! Soll in Sicherheit gehen? Muss ich ein bisschen warten? Gegen den Falschen gekämpft! 1, 2, 1 und... Ach, Mist! Aber 2 da! Übrigens, bei FFA mach ich jetzt mal 4, wenn ich es nicht vergesse. Also es kommen noch 2. Keine Panik, ich kann noch Erster werden. Aber auch schon mal gut. Nicht perfekt, aber gut. Oh, endlich mal Queste fertig. Jo, 15 kills hat er gehabt. Meine Güte, meine Güte. Gut, let's go! Nächste Runde. Die nächste Runde geht los! Wir starten wieder mit dem Panda. Mit dem Panda-Bären. Und dann kommt der. Ja, tror ich. Du bist nicht. Ich schreie. Ich schreie. Ich schreie. Ja, ich schreie. Ich schreie. Du bist nicht. Ja, ja, ja... Nein! Ich schau dir! Nein, 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 nein! so jetzt aber zack der ist weg ich denke mal ich bin stärker als du ich bin nicht stunned da kann ich doch nicht stunnen bye Oh! Shit! Jawohl! Und, 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 steh, 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 jawoll, haben wir auch erwischt, ach, jetzt hat der mich erwischt, der Dragon, okay. Nein, nein, Artillerie, wer geht denn mit Artillerie hier rein, dritter Platz, eine Runde gibt's noch, eine Runde gibt's noch, schon wieder nicht MVP, zweiter, zweiter, Mist, jetzt komm, nächste Runde, ne, warte, wir holst es doch mal alles genau anschauen hier, zweckfeste fertig, auch gut, auch gut. Toxic, der hat mich am Ende gerade gekillt, naja, egal, es geht weiter, jetzt zu, für die letzte Runde, zu, die letzte Runde, let's go, so, ich sag euch, wir werden jetzt, gewinnen, bestimmt, oh, das war nur alles, KI's, oder nicht gerade? Mist, keine Munition mehr! Nein, nee, das ist keine KI, so spielt die KI nicht. Und das auf dem Player. Ach, Mensch, hat der mir wieder ein Kill geklaut hier. Was, schon wieder nicht mein Kill? Ich glaube, das wird die schlechteste Runde hier, weil die immer meine Kills klauen. Oh, jetzt haben wir, komm hier. Komm hier. Mä, ich geh, ich geh! Ich geh, ich geh. ja 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 komm her komm her und jawohl ah mist 4 3 2 1 jawohl 4 3 2 bist also ne die runde ist zum scheitern verurteilt und jawohl so ein mist trotzdem dritter platz und die anderen beiden haben nur sechs gehabt das gibt es doch nicht eine goldmedaille wenigstens das gleiche mal eine runde und verspielen der nächste goldmedaille zu holen 6 6 5 5 5 5 4 3 2 2 3 ok die die hier die ja oder der auch aber da ab den 6 sind ganz knapp von 1 bis 6 naja ok dann würde ich mal sagen das war es für heute ich sage dankeschön fürs zuschauen ich wünsche euch viel spaß und dann bis zum nächsten mal ciao 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 Bis zum nächsten Mal.